So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, wie ihr seht, habe ich den schönen Angel Readings Kuschel-Hoodie an. Die verlose ich ja sonntags immer bei mir im Mitgliederbereich. Na, das heißt also, wenn du noch kein Mitglied bist, komm dazu und gewinne schöne Preise sonntags immer. Juhu! So, ja, wir haben mal ein schönes Reading heute vor uns. Und zwar wollen wir da auch mal reinschauen aufgrund der Readings von gestern, vorgestern. Wo die Energien so ein bisschen auch ineinander greifen. Das passiert auch. Wollen wir natürlich heute mal schauen, werdet ihr denn jetzt dann in eine feste Beziehung gehen? Ja, werdet ihr fest zusammen sein? Nicht so lari-fari, sondern wirklich etwas Solides, etwas Festes. Eine Beziehung, wo man aufbauen, aufbauen, aufbauen kann, wo einer für den anderen da ist. Also halt, ja, wie man sich so vorstellt. Na, da wollen wir mal reinschauen. Die letzten drei Readings haben ja schon so ein bisschen ineinander gegriffen. Muss nicht immer sein. Prinzipiell ist es so, jedes Reading, jedes Video ist eine ganz bestimmte Frage für eine ganz bestimmte Person, äh, Situation. Nicht für eine ganz bestimmte Person, dann wäre es ja ein persönliches Reading. Das ist ja für das Kollektiv. Na, deswegen ist es immer eine bestimmte Frage auf eine Situation in der Kollektivenergie. Aber da jetzt die letzten Videos ein bisschen ineinander gegriffen haben, interessiert es mich ja jetzt auch selber. Und deswegen legen wir das heute auch. Werdet ihr in eine feste Beziehung gehen. Das wird spannend. Und zwar schauen wir uns das nämlich auch gleich schon an. Da wird gar nicht so lange rumgesappelt. So, jetzt bin ich gespannt. Wie schaut's aus? Krumm. So, naja, gut. Das kann man schon so stehen lassen, ne? Also, ich habe jetzt mal hier euch beide rausgelegt, weil es geht ja um euch beide. Und da wollen wir mal schauen, welche Energien ja umgeben euch denn da so ein bisschen. Im Allgemeinen natürlich. Jetzt schauen wir mal rein, was ist denn da so zu sehen. Dann schauen wir mal bei ihm. Dann schauen wir mal bei dir. Und dann unten noch ein bisschen, ja, so eine Botschaft aus der geistigen Welt. Tendenz, was man da so ein bisschen sehen kann. Und dann würde ich sagen, wir schauen auch gleich mal rein und fangen an. Die Spannung steigt, die Menge tobt. So, da haben wir auch schon die erste Karte. Was ist das denn? Ein halber Wald. Das sind die acht der Stäbe. Ja, so, bei den acht Stäben, da sieht man es schon so ein bisschen. Na, da fliegen ja quasi die Stäbe da durch die Gegend. Die kommen da hinuntergeflogen, quasi die Stäbe Richtung Erde. Und da sind auch schon so kleine Knospen dran. Das heißt also, ja, hier ist so ein bisschen, ja, bei den acht Stäben ist so ein bisschen das Thema Wurzeln schlagen. Knospen treiben, da darf etwas entstehen, da darf etwas wachsen, da darf etwas gedeihen. Das ist so ein bisschen, ja, vielleicht auch das Fruchtbare. Das heißt jetzt nicht, hier geht es jetzt nicht um Sex, sondern um eine Partnerschaft mit den acht Stäben, ja, die da so kommen und wo sagen, da treiben die Knospen, da wächst etwas, da gedeiht etwas. Früher habe ich diese Karte immer so ein bisschen als Gefahr wahrgenommen. Oh, da kommen die Stäbe auf dich draufgeflogen. Uh, Vorsicht, aber das ist gar nicht so. Das ist falsch. Mensch, hier geht es wirklich darum, ja, dass hier Knospen treiben, dass hier etwas gedeihen kann. Das ist schön zu sehen. Wenn ich frage, ob ihr in eine feste Partnerschaft gehen werdet, dann schauen wir mal, was wir da noch dazu kriegen. Der Stern, ja, der Stern, die Klarheit, die Fülle, die Wunscherfüllung, ja, also auch eine schöne Karte an der Stelle und ich sage, hier, ja, hier darf etwas gedeihen, hier gibt es Knospen, hier gibt es, hier fängt was an zu wachsen, der Stern mit der Klarheit, der Fülle und der Wunscherfüllung natürlich auch noch dazu, wo man sagt, okay, ich habe schon Vorstellungen oder er hat schon Vorstellungen oder ihr habt schon Vorstellungen. In diesem Orakel auf jeden Fall mal eine schöne Energie hier oben, wo man sagen kann, da darf etwas wachsen, da darf etwas gedeihen, da passiert etwas. So, jetzt schauen wir mal, was wir da noch für eine Karte kriegen. Der T. Ja, da bin ich immer bei meinem Opa, Gott sei seiner Seele gnädig, der da immer zu mir gesagt hat, wieso bin ich eigentlich so klein? Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, warum bin ich so klein. Er hat immer gesagt, mein Junge, eins musst du dir merken, langsam ist besser als schnell. Und das stimmt auch. Ja, und wenn man sich hier die Zeit nimmt, die man braucht, ja, und wenn der Partner währenddessen nicht davonläuft, weil er ungeduldig ist oder auf eine schnelle Nummer aus war, habt ihr beide die Zeit, da etwas gedeihen zu lassen und für diese Beziehung eine feste Basis, eine feste Partnerschaft zu errichten. Eine Beziehung ist auch Arbeit. Na, wenn man immer mal drauf schaut und sagt, ja, na, gehst du hier. Genau, drauf schaut, da sind wir schon wieder beim Thema drauf schauen, das sind die drei der Münzen. Und bei den drei Münzen, ja, da geht es natürlich schon auch darum, etwas aufzubauen. Man könnte denken, das sind so Architekten, die da so stehen, Aufbau, Ausbau, Dinge verbessern, neues Projekt, die bauen da irgendwas, vielleicht so eine Kirche. Also da geht es schon darum, etwas aufzubauen, etwas auszubessern, etwas zu planen, zu machen. Also diese drei Münzen, da geht es dann schon immer darum, ja, auch in der Liebe, in der Partnerschaft etwas aufzubauen. Du schaust etwas an, ein Konstrukt, das da die Liebe ist, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner und guckst auch immer mal wieder drauf, was stört dich, was stört mich oder was können wir vielleicht hier und da anders machen. Fühlst du dich wohl, fühle ich mich wohl, fühlen wir uns mit uns wohl? Na, das ist immer so ein bisschen was, wo man immer wieder auf die Partnerschaft ja drauf schaut und sagt, ja, wie schaut es denn da jetzt so aus? Na, eine Partnerschaft ist ja unterm Strich auch ein Vertrag, den ich eingehe, wenn man mal trocken ausdrückt. Da kann man auch immer mal wieder drauf schauen. Sind denn hier die Betragsmodalitäten auch noch erfüllt, sozusagen? Okay, also, wir wollen weiter schauen. Also, wir gucken mal, was wir da dazu kriegen, zu diesen drei Münzen. Da geht es ja darum, etwas aufzubauen, etwas zu errichten, auch etwas zu erhalten, quasi. Ne, die, die, na, die muss springen. So, habt ihr es gesehen? Boing. Also, was haben wir da für eine Karte? Ja, das Schwert, das kann natürlich auch etwas sagen, worum man kämpft, ja, und wo man sich anstrengt. Na, weil man mit dem Schwert unterwegs ist, ist es anstrengend, na? Ja, das ist auch etwas, wofür man dann kämpft, wo man seinen Einsatz gibt, wo man Leidenschaft reingebt. In diese Beziehung, ja, wo man da etwas errichten will, da muss man natürlich auch mal eine Diskussion führen, oder da muss man sich dann halt auch mal über was streiten, kann immer wieder überall passieren, gar nicht schlimm, man kommt irgendwie auf einen Nenner miteinander. Also, das Schwert nämlich jetzt schon dafür war, dass man dafür kämpft, dass hier ein Konstrukt entsteht, ein Konstrukt an Liebe, ein Konstrukt an Partnerschaft. Also, wenn ich jetzt so reinfrage, werdet ihr in eine Beziehung gehen? Schaut es mir mal ganz gut aus, solange du das Schwert in der Scheide lässt. Ja, er ist aber auch so, in der Energie ist ja seine Ecke da, wo er schon weiß, dass du jemand bist, der schon auch gerne mal eine scharfe Zunge hat. Na, also, du bist jetzt hier auch keine, die sich alles gefallen lässt, na, da sehe ich schon, du das Schwert, da weiß er schon, dass er mit dir jemanden hat, mit dem ich alles anstellen kann. Na, also, du bist schon auch so eine, wo die da sagt, okay, ich stehe auch gerne mal zu mir, und ich setze das jetzt auch durch. Und das ist auch gut so, na. Man darf sich ja auch in einer Beziehung nicht selbst verlieren. Na, man muss schon immer auch bei sich bleiben, bei sich sein und sagen, Moment mal, hier passt mir irgendwas nicht. Na, da möchte ich gerne meinen Willen schon auch mal durchgesetzt haben, wenn es nicht zu dem Leidwesen des Partners ist. Na, aber schon auch zu sich stehen, bei sich sein. Und ich glaube, er weiß schon auch, dass du da durchaus mal die Krallen ausfahren kannst. Na. So, das war nichts. Neue Runde, neues Glück. So. Ah, eine Herrscherin, eine Herrscherin. So, ich habe meine ganzen Karten jetzt durcheinander. So, eine Herrscherin, das ist eine schöne Karte, weil jetzt geht es ja um deine Ecke. Und bei der Herrscherin geht es natürlich schon, ja, schaut sie euch an, um Sinnlichkeit. Da geht es um, ja, Schönheit, da geht es um Wärme, um Reife. Ja, da geht es aber auch schon so ein bisschen ums Selbstbewusstsein. Na, ihr seht ja, wie die da sitzt, die gute Frau. Na, da sind wir wieder bei den beiden Karten da gelandet. Da sollst du auch sein. Du sollst dich nicht in einer Partnerschaft verlieren, verheizen, zu viel geben, zu wenig bekommen. Das soll schon alles auch so ein bisschen im Einklang sein, ja. Und das ist auch deine Aufgabe, selbstbewusst in diese Beziehung reinzugehen und immer auch drauf zu schauen, ist da ein gesundes Gleichgewicht da. Na, passt es da für beide? Passt es für dich? Passt es für ihn? Und das weiß er auch, dass du eine Herrscherin bist, ja. Also da liegt es ja auch irgendwie schon so da, dass man da sagen kann, er weiß schon, dass du nicht alles mitmachst, sondern dass du schaust, dass da so eine gewisse Harmonie und eine gewisse Gleichberechtigung herrscht. Ist ja gut, wenn er es weiß, dann ist er dann auf jeden Fall nicht überrascht. So, der Baum noch? Ja, das ist die Bindung. Die Bindung zur Vergangenheit, die Bindung zwischen zwei Menschen, das ist die Karte des Lebens, das ist die Karma-Karte, das ist gesundes Wachstum, ja, das ist Halt und Festigkeit. Also du hast ja schon mal eine ganz, ganz tolle Reihe, wo ich sagen kann, du bist absolut ein Mensch, der weiß auf jeden Fall, was er will und was er nicht will. Na, du sorgst für Gleichgerechtigkeit, du sorgst für die Bindung und auch für die Stabilität. Na gut, die können wir nehmen, die ist mir jetzt einfach so rausgerutscht. Und die Eule, auch gerne mal eine Karte, weil es gerade zum Thema passt, für die Schwingung, ja, gut schwingen, miteinander schwingen, gleich schwingen, ja, also diese Eule natürlich auch Wächter, Spirit, ja, und auch für die Schwingung da, wenn man das so möchte. Gute Schwingung, gute Bindung, stabiles Wachstum, Selbstbewusstsein, ganz wichtig in der Beziehung, lass dich nicht niedermachen, nicht klein machen, du bist groß, du bist stark, du bist eine gute Person, behalte dir das bei, na, er weiß auch, dass er, eigentlich weiß er, dass er sich mit dir nicht so wirklich Anliegen braucht, na, weil du dann auch mal aus der Haut fahren kannst, aber das ist ja auch gut so. So, so, dann wollen wir mal schauen, was wir noch kriegen. So, die Botschaft aus der geistigen Welt, ja, die geistige Welt, da fällt sie auch schon, die Welt, und das ist eine ganz, 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 ganz tolle Karte, weil das ist die höchste Karte der großen Alkana. Ja, Vollendung, Harmonie, Ankommen, ein Kreis schließt sich, ein neuer, ja, Zyklus darf beginnen, so ein bisschen wie der Ring im Lenormand, aber nur so ein bisschen, weil die Welt ist eigentlich die Vollendung der großen Alkana. Ja, und für mich ist das eine Karte, wo ich sage, ähm, ja, da darf ein neuer Zyklus anfangen, oder da schließt sich ein Kreis, ja, und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Karte, und dass das dann auch passieren darf, dazu braucht es, braucht es, braucht es, braucht es, braucht es, braucht es, braucht es natürlich auch beide, ne, eine Partnerschaft ist ja immer mit zwei Menschen, ja, hat ja immer mit zwei Menschen zu tun. Und wenn der eine so viel tut und der andere nichts, dann gibt es Blockaden, das wollen wir ja nicht, ne, und auch wenn hier mal Schwierigkeiten entstehen sollten, der Berg, Schwierigkeiten, Hürden, Blockaden, ja, dann sieht man hier immer noch, dass wir zwei Leute haben, der eine, der ist daran, immer daran interessiert, etwas zu verbessern, etwas anzuschauen, du bist damit beschäftigt, ähm, ja, selbstbewusst zu sein, für die Bindung da zu sein, dass die Schwingung passt. Und auch wenn da mal ein Berg ist und der kommt, in jeder Beziehung gibt es einen Berg, ne, ich kenne es selber aus meinen Beziehungen, und wenn es dann mal schwierig wird, sich darauf zu besinnen, ja, dass man hier eigentlich eine schöne Partnerschaft hat, das ist natürlich fundamental wichtig, na, und diese Welt, die da liegt, ja, die interessiert es eigentlich nicht, ob da jetzt ein Berg kommt oder nicht, der dann ja mit Sicherheit mal erscheint. Und was wir da noch haben, ja, der Anker, das ist ja so die Karte für Festigkeit und Halt und Sicherheit im Leben. Also du kannst dich da dann schon sicher fühlen, wenn ich jetzt, äh, für dich ein Reading gemacht hätte und du hättest mich gefragt, leg mir doch mal die Karten und schau, ähm, ob wir jetzt in eine feste Beziehung gehen oder nicht, dann kann ich dir schon sagen, ja, auf jeden Fall, hier ist die Wunscherfüllung, die Klarheit da, die Fülle da, die Knospen der Liebe, ja, sind da, der Tee, nicht so schnell, mach langsam. Ähm, er möchte sich etwas aufbauen, er weiß auch, dass du auch gerne mal für dich einstehst, ne, dass du dir nicht alles gefallen lässt, das haben wir auch hier gesehen, dass du jemand bist, der für eine gute Partnerschaft sorgt. Und hier, ja, da liegt die Vollendung, auch wenn mal ein Berg oder eine Hürde kommt, ähm, die Halt, die Halt, die Halt und der Festigkeit sind da. Und wir haben hier noch das Geld, aber in der Liebe ist diese Karte für mich natürlich jetzt nicht Geld, sondern auch eine Karte für Fülle und für viel, was ja diese Karte absolut auch ausdrückt. Also kann ich in diesem Reading diese Frage mit Ja beantworten, wenn du jetzt sagst, ich bin Resonanz gegangen, super, ich freue mich, gut, wenn du sagst, ja, mag schon sein, aber ich möchte jetzt gerne mal für mich persönlich wissen, da fühle ich mich sicherer, schreib mich gerne an für ein Reading oder wenn du nicht in Resonanz gegangen bist und dir geht es auch nicht gut, du hast Herzschmerz, du hast Kummer, dir geht es nicht gut, dann hol dir Klarheit, hol dir Impulse ab, schreib mich einfach an, ich freue mich, wenn ich von dir höre. Da, na, ansonsten würde ich sagen, ja, wie immer mein Spruch, ähm, bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus!